ja hallo und herzlich willkommen zur neuen adventure map und zwar zu wieder mit dem XORP und zwar spielen wir diesmal die adventure map äh hier ähm diese adventure map heißt ich habe mich dran adventure Minecraft ne als erorten heißt du so wo bist denn schon wieder verschwunden ist die Regeln verletzt hast du bist gar nicht wie hieß die Web-Normatisch steht nicht bei der beim Ort dabei meine Kopf egal mein Kopf ist egal alle Sprengungen werden mehr und getestet hallo fast mit my p ich bin nicht fast mit my p aber egal das ist meine Jump'n'Run Map für die Version 1.3.2 es gibt keine Story nur Jump'n'Run für Glück das ist mine 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 minecraft team rück den Knopf und stell dich auf die Mitte auf den Absatz in den Block und warte werden und alle die 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 Prozent kein Instant-Dingens Aaaaah! Schlecht! Das ist aber leckt Du kriegst keine... sofort die Gesundheitsdrücke, weil ich alle aufgebraucht hab Aaaaah! Genius! Ach das, Dicke! Exo? Ja Okay, du bist da Ach so, der Server leckt nur bei mir Aaaaah! Scheiße! Nicht gut! Äh, warte mal ganz kurz Mann, es riecht auf, in der Restart So, warte mal, jetzt verbinden Verbunden Ganz kurz, wollen wir selber runtergehen Respekt So, Mann Jetzt muss es gehen, ne? Nein, es geht nicht! Ah, doch, es geht Okay Was kurz mein Versuchsoptik, ich hoffe, du bist nicht böse Das wird euch sehr gefallen, hoffen wir Das wird euch sehr gefallen, hoffen wir Ja 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 Oh, Decke Jetzt nicht mehr Ich Ich Ja, geschafft! Ja, geschafft! Du bist beim Checkpoint, Aaaaah! Schlecht! Schlecht! Oh nein, das ist noch nicht vorbei Nein Oh, Scheiße Ich bin am letzten Sprung gefällt! Runter mit ihr Unter mit ihr! Hey, die Katze nur oben bleiben, das ist nix ja nicht mal! Ich Und immer mit ausstellen Was? Haus 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 Hallo Haha Wasseraufzug Wo bist du? Gerade bei dir? Ich stehe vor Ah, hier am Anfang der Challenge Also, ich dachte schon So Ah, ha! Das ist aber nicht bei mir, das ist voll unfair Legt er bei dir? Oh Das geht Das ist nicht nur mein Internet, ey, warum hab ich so scheiße Internet? Ich habe 50.000 Erleitung Und bei mir kommt, keine Ahnung, ein M-Pit an Okay, das ist ein bisschen verdrehen, aber Da, der mich gedisst Jaaaaah! Ich muss, hey, was mich schaltet Also, nein! Also Also Da ist das kompliziert Cheaten Hello! Hä? Ach, verdammt! Wie kommen denn zurück? Hä? Hast du den Chat ausgemacht? Ja! Alter! Jaaaa! Mann! Wie schlecht! Hey, ne, 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 eh, und fair! Fittig! Ich hätte vorher gucken müssen, wo du stehst Oh, wär's gedacht! Ich nicht, wenn ich ehrlich bin! Ich nicht, wenn ich ehrlich bin! Nein, wir sind in der Ecke! Hör mal bitte auf! Hör mal bitte auf! Nein, ich will auch nur springen! Ich nicht, ich will dich unterschlagen! Ich merk's! Ja! Nein! Verdammt! Scheiße, hör mal auf! Mann! Fittig! Mann! Ich hab doch grad aufgehört! Ja, okay! Nicht umbringen! Okay, ja! Nein! 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 Ja, ja. k Kohl ist schon was kann die die Fähigkeit die Fähigkeit die Marke und der die Zeit hat die Challenge reichend die Schwer fiktik ich hab gewusst mal ich hab's gewusst das mache ich aber jetzt nicht noch mal das hat sich jetzt ich mach das nicht nur Scheiße sich vor dem Konzept gebracht ich habe mich innerlich schon gefreut die Eichschaften total schwere Challenge dass sie weiter machen ich bin schon mal weit ich habe nur einen Knopf gedrückt der Mensch auf einmal runtergefallen die jetzt gedacht was der Knopf macht Wasseraufzug warum fällt man runter und mann Wasseraufzug zu benutzen war doch voll kein Sinn hab ich runterfallen lassen jetzt warum war ich das denn keine Ahnung das ist meine Schuld wurde mich am Ende runtergeschlagen ich bin dritten Sprung oder so runtergeschlagen gerade ich bin dran ich bin dran ich bin dran du bist schon die ganze Zeit dran ich bin dran ich hab' ich das geschafft habe und neid ja geschafft komplett ja 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 nicht ich hab' ich hätte mich nicht gewöhnt können wir müssen ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich habe mich ich bin ich sage ich ja auch die Städte ich mich nicht schlagen ich weiß aber ich habe die Begründung das jetzt jetzt schleichen der Fall war ein weiterer Reichticht und Witz das war die Leistung erledigt weil die Veränderungen die auch gerade auf dieser Wart ja ich habe ich nur tun sieben wie sie bildet die Tränen gehen fiktiv er geht es nicht geht das gibt es doch nicht okay, noch so ein Mensch mehr raussuchen ja, man, das ist ja gut, jetzt ist das schon die zweite Folge mehr benennen, also ihr dürft ihn auf die nächste Mensch mehr freuen, sondern auf die übernächste man, bis zum nächsten Mensch mehr